Und man konnte ja froh sein, dass jetzt Biden und Putin immerhin schon einmal gesprochen haben nach dem Säbelrasseln, was es vorher gab. Dass jetzt auch die Botschafter wieder arbeiten, dass es vielleicht sogar Gespräche über Abrüstung gibt. Das ist alles wünschenswert. Aber ich finde, wenn man ernsthaft miteinander kooperieren will, dann darf es auch nicht so ein Säbelrasseln geben. Und das heißt ja nicht, dass man alles gut finden muss, was in Russland passiert. Als damals Willy Brandt die Entspannungspolitik eingeleitet hat, als er sich auch den USA entgegengestellt hat und gesagt hat, wir dürfen nicht diesen atomaren Wahnsinn immer weiter treiben. Da war es auch nicht so, dass er alles gut fand, was die Sowjetunion machte und die sowjetische Führung. Aber er hat einfach begriffen, dass es ein elementares Interesse gibt, miteinander zu kooperieren, auch miteinander wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Und dass man nicht dem Interesse von Rüstungsschmieden und Scharfmachern nachgeben darf, die diese Welt hätten in den Abgrund treiben können, damals schon und heute wieder. Und ich finde und wünsche mir, dass wir endlich wieder eine deutsche Regierung bekommen, die das Rückgrat hat, eine eigenständige Politik zu machen und nicht den USA hinterherläuft und deren Konfrontation immer wieder mitträgt, wie wir das jetzt seit vielen Jahren erleben. Und deswegen finde ich auch im Umgang miteinander muss es anders zugehen als in der Vergangenheit und teilweise finde ich, ist das wirklich auch eine Beleidigung unserer Intelligenz, was uns da teilweise erzählt wird. Also wie viele von euch haben das vielleicht verfolgt, der letzte NATO-Gipfel, da wurde ja eine Erklärung verabschiedet, dass Russland eine elementare Gefahr für die transatlantische Sicherheit darstellt. Und es wurde noch darauf hingewiesen auf angebliche provokative Aktionen Russlands in der Nähe zur NATO-Grenze. Ich muss ja sagen, also das hatte schon fast eine kabarettistische Note, wenn es nicht so ernst wäre, weil man muss ja einfach bedenken, alles, was Russland auf seinem Territorium macht, ist in der Nähe zur NATO-Grenze, weil die NATO sich ja bis an die russische Grenze ausgedehnt hat. Und jetzt fangen Sie an und sagen ja, das ist ja eine Provokation, was Sie da auf Ihrem Territorium machen. Ich finde, es ist eine Provokation und es ist zumindest nicht im Interesse des Weltfriedens, dass die NATO bis zur russischen Grenze vorgerückt ist, dass es NATO-Manöver wie Defender 2021 gibt, wo US-Soldaten quer durch Europa marschieren, um zu demonstrieren, wie schnell man am Schwarzen Meer ist. Das alles trägt nicht zur Sicherheit und zum Frieden bei, sondern das alles ist für uns eine beängstigende und eine gefährliche Situation und deswegen muss das aufhören. Und auch noch mal zu der Frage, eine Bedrohung, eine Gefahr für die transatlantische Sicherheit. Da habe ich mir mal die Rüstungsausgaben angeguckt, die man aktuell ja nachlesen kann, die werden ja auch veröffentlicht. Und wenn man sich anguckt, wer gibt wie viel für Rüstung aus in dieser Welt, da sieht man, die Vereinigten Staaten haben jetzt in diesem Jahr, mitten auch in der Corona-Krise, trotz aller sonstigen Herausforderungen, 780 Milliarden Dollar in ihre Rüstung investiert oder man muss ja eher sagen, für Rüstung und für ihre Rüstungsschmieden verschleudert. 780 Milliarden Dollar, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das für ein riesiges Geld, für ein riesiger Geldbetrag ist. Die europäischen NATO-Staaten, allen voran übrigens Deutschland, haben auch ihre Rüstungsausgaben in den letzten Jahren hochgefahren. Auch noch mal jetzt, trotz Corona und trotzdem, man so tut, als hätte man für alles Mögliche kein Geld. In Europa werden rund 300 Milliarden für Rüstung ausgegeben. Das heißt, wenn wir uns das zusammen addieren, dann haben wir auf der einen Seite ein transatlantisches Bündnis, die NATO, das gibt über 1.000 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Und auf der anderen Seite haben wir Russland, die große Gefahr für unsere aller Sicherheit. Und da habe ich mir mal angeguckt, was gibt Russland für die Rüstung aus. Das sind aktuell 61 Milliarden Dollar. Das heißt, das Land, das 61 Milliarden Dollar für Rüstung verpulvert, das gefährdet ein Bündnis, das über 1.000 Milliarden ausgibt. Jedes Jahr für neue Rüstung, für neue Raketen, für Modernisierung von Atomwaffen, für alles Mögliche, was die Menschheit nicht braucht. Ja, das kann uns doch keiner im Ernst erzählen. Das ist doch lächerlich, liebe Leute. Natürlich ist das keine Gefahr für unsere Sicherheit. Die Rüstungsspirale ist eine Gefahr für unsere Sicherheit. Und deswegen müssen wir sie schleunigst beenden. Wir brauchen Abrüstung. Und wir brauchen auch in Deutschland keine atomaren Waffen. Noch nie hat das zu unserer Sicherheit beigetragen. Und was ich wirklich erschreckend finde, wie gesagt, heute ist der 80. Jahrestag. Und morgen im Haushaltsausschuss des Bundestages, einen Tag danach, werden sage und schreibe 27 zusätzliche Rüstungsprojekte auf der Tagesordnung stehen. Im Volumen von insgesamt 18 Milliarden Euro. 18 Milliarden Euro morgen im Haushaltsausschuss. Und die sind dafür da, weitere Aufrüstung, teilweise solche Projekte, die noch gar nicht finanziert waren, jetzt kurz vor der Sommerpause noch durchzudrücken. Und da muss man auch sagen, eine Regierung, die jetzt in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation, in dieser Situation unserer Staatsfinanzen nichts Besseres zu tun hat, als nochmal 18 Milliarden zusätzlich für Rüstung zu verpulvern, für neue Panzer, für neue Kampfjets, für neue Raketen und für vieles andere mehr. Eine solche Regierung hat doch einfach den Verstand verloren. Diese 18 Milliarden brauchen wir, um die Schäden der Corona-Krise auszugleichen, um die Menschen zu unterstützen, die jetzt existenziell etwas verloren haben und nicht für Rüstung. Und eines dieser neuen Rüstungsprojekte, das da jetzt beschlossen werden soll oder das da jetzt morgen auf der Tagesordnung steht, ja auch wahrscheinlich durchgewunken wird von der Koalition, ist ein sogenanntes neues Luftkampfsystem. Und dieses Luftkampfsystem, das ist wirklich gefährlich, weil das ist nicht einfach nur ein neuer Jet, der irgendwie Bomben transportieren kann, das ist schlimm genug, wenn es Atombomben sind, sondern dass dieses Projekt, das ein Volumen hat, jetzt erstmal sollen da 4,5 Milliarden freigegeben werden, aber in der Summe, wenn es ganz realisiert wird, über 100 Milliarden, alleine von Deutschland. Und dieses Projekt würde wirklich eine neue Stufe der Digitalisierung von Kriegen einleiten. Das heißt, dieses Projekt läuft darauf hinaus, dass in Zukunft nicht mehr Menschen, sondern Computer über Leben und Tod und damit eben auch über den Einsatz von Waffen entscheiden. Und ich muss sagen, da wird mir wirklich Angst und Bange, weil ich kann mich noch gut erinnern. Und ich glaube, viele von euch wissen das, dass im Kalten Krieg mehrfach Situationen es gab, wo es hätte einen heißen Krieg geben können, wenn Menschen nicht sehr verantwortungsbewusst gehandelt hätten. Eine solche Situation war zum Beispiel 1983. Da hat die sowjetische Flugabwehr, also die Computer, die das registrieren, gemeldet, es würden fünf amerikanische Interkontinentalraketen im Anflug sein. Und der zuständige Offizier stand in der Situation, ob er diese Meldung ernst nimmt und auf den Knopf drückt und den vermeintlichen Gegenschlag auslöst, der aber kein Gegenschlag gewesen wäre, weil es war eine Fehlmeldung. Oder ob er davon ausgeht, dass es eine Fehlmeldung ist und nicht drückt. Und dieser Offizier damals hat nicht auf den Knopf gedrückt, sonst wären wir wahrscheinlich hier alle nicht mehr auf dem Platz. Und das zeigt einfach die Dimension und die Gefahr, die hinter der Digitalisierung von Rüstung und Kriegen steckt. Weil wenn irgendwann nicht mehr Menschen entscheiden, sondern Computer, dann kann ein solcher Fehlalarm möglicherweise wirklich einen massiven Konflikt auslösen. Und ich finde, das darf es nicht geben, wer sowas vorantreibt, der ist wahnwitzig. Das muss gestoppt werden. Wir brauchen keine digitalen Kriege, wir brauchen auch keine konventionellen Kriege, wir brauchen eine friedliche Welt. Und ich meine, das Schlimme ist ja wirklich, wie viele Parteien inzwischen alle zu den Rüstungsbefürwortern gehören. Also die CDU hat ja gerade ihr Wahlprogramm beschlossen, da hat sie eilfertig versichert, natürlich müsste man das 2% Ziel der NATO einhalten, 2% der Wirtschaftsleistung für Rüstung. Das hieße übrigens nochmal 30 Milliarden mehr im Jahr für Rüstung in Deutschland zu verpulvern. Sie haben nicht dazu gesagt, wer das bezahlen soll, aber man kann es sich ja denken. Aber nicht nur die Union ist ja da völlig auf einem Irrenpfad. Wenn ich mir so angucke, wo die Grünen sich hin entwickelt haben, eine Partei, die immerhin mal aus der Friedensbewegung gekommen ist. Und heute erzählt uns Frau Baerbock, dass wir mehr robuste Militäreinsätze brauchen. Und die Grünen finden es jetzt auch toll, dass man mit Drohnen in aller Welt morden kann. Man trifft halt immer mal die Falschen, aber Pech gehabt, ist ja nur weit weg in Afghanistan oder in Pakistan. Mein Gott, was aus dieser Partei geworden ist. Auch die Grünen sind inzwischen leider eine Aufrüstungspartei. Sie sind leider inzwischen auch eine Partei, die Kriege befürwortet. Und deswegen sind sie für Menschen, die Frieden wollen, nicht mehr wählbar. Das muss man ganz klar immer wieder sagen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Thema Krieg und Frieden, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das heute hier zum Thema machen, dass es auch in der öffentlichen Auseinandersetzung wieder ein größeres Thema wird. Weil natürlich haben wir viele Bedrohungen auf dieser Welt und viele Gefahren und die treffen uns auch täglich. Wir haben die Corona-Krise, wir haben ganz viele Menschen, die existenzielle Ängste und Nöte haben. Wir haben die Gefahren natürlich durch Umweltzerstörung und Klimawandel. Und trotzdem muss man immer wieder sagen, all diese Gefahren, all das muss man zum Thema machen, ja. Aber ohne Frieden ist alles nichts, weil dann brauchen wir über den Klimawandel und über die Zerstörung durch klimatische Verhältnisse, Veränderungen nicht mehr nachzudenken, wenn es größere Kriege gibt. Das ist das Schlimmste, was dieser Welt passieren kann. Und deswegen muss alles getan werden, das zu verhindern. Und deswegen, das ist mein letzter Punkt. Ich bin jetzt heute auch wirklich deshalb so gern nach Leipzig gekommen, weil hier ja auch der Wahlbezirk ist von Sören Pellmann, mit dem ich jetzt seit vier Jahren in der Bundestagsfraktion sehr gern und sehr gut zusammenarbeite. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass solche Leute, wie auch Sören, dass die im Bundestag weiterhin eine starke Stimme haben. Und wenn sie das, sie können das natürlich auch mit der Zweitstimme über die Linke. Aber ich finde, es wäre auch richtig gut, wenn die Linke das Direktmandat hier in Leipzig wieder gewinnen würde, weil wir das eben tatsächlich auch anders ausfüllen als die anderen Parteien. Und ich habe ja vorhin darüber geredet, dass viele Politiker nur noch in ihrer Blase leben und einfach den Bezug zum realen Leben nicht mehr haben. Und bei Sören ist das eben anders. Sören kümmert sich um das, was hier in Leipzig passiert. Und er kümmert sich um soziale Fragen und um Gerechtigkeit. Und ich finde, das ist wirklich eine große Frage unserer Zeit, dass solche Politiker und solche Richtungen in der Politik gestärkt wird. Weil ich wünsche mir ein Land, das wieder mehr zusammenfindet, das nicht so gespalten ist. Ich wünsche mir ein Land, wo es wieder mehr sozialen Ausgleich gibt und auch mehr sozialen Zusammenhalt und nicht diese Arroganz von oben nach unten und dieses Herabsehen auf die normalen Leute, die es schon in den letzten Jahren immer schwerer hatten. Und deswegen werbe ich dafür, das möchte ich schon an dieser Stelle auch sagen, dass wir wirklich auch bei der Bundestagswahl darüber nachdenken, wer kann dieses Land in Richtung sozialer Gerechtigkeit voranbringen. Weil wir brauchen nicht immer mehr Politiker, die von Lobbyisten geschmiert werden. Wir brauchen nicht Politiker, die sich noch in der Krise die Taschen füllen und da Korruptis machen, wenn andere die Masken dringend brauchen. Sondern wir brauchen Leute, die ehrlich ein soziales Anliegen haben. Und deswegen werbe ich auch hier mit diesem Auftritt dafür. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, bis auf bald.